ja sie ist sowas von blamierend ja komm es sind kein nirgends Kisten jaja ich hab schon übergeguckt ja sehr gut ja wie jetzt WTF was nie verstehe ich kaum ich soll stehen bleiben lol ich hab wieder Jumpoost ach komm schon du hast Jumpoost bekommen leck zu verlaufen keine Kiste keine Kiste mhm keine Kiste mhm da unten ist die Kiste ne die haben wir schon ausgeräumt oder weil noch ahnung wie alt da waren wir schon da schon lange oder Anfang ja ok also weiter gehts jetzt bleibst du bleibst du bleibst du bleibst du bleibst du bleibst du das ist hast du mir einen Köln gegeben ok wieso hoffentlich es ist Kermit Jams hier rein oder wo ach darüber oder was das ist eine Spinne ne echt jetzt ich habe leider kein Optifind drin und da kommt ein Zombie ne hier ist keine Kiste ja so kann man es natürlich auch machen was ist jetzt los komm auf hoppedi hopp äh lol Loll Was hast du vor? Oh Loll Oh 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 Alter Besser Hey Hast du mich grad nicht gesehen? Noch Hat was anderes geschaut Nach was denn... nach Kisten Oh nein Oh die Hände Oh H geheui gust Alter, springen! Alter! Nein! Ja! Oio, du bist doch umgekommen! So? Toll, chillt. Alter, jetzt beginnt die Adventure-Milber, wo machst du richtig? Ey komm, warum spring denn nicht so ungefähr? Okay, der Rest ist eigentlich voll easy. Wo muss ich denn jetzt bitte hin? Hä? Hä? Wo? Hä? 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 sehr gut aber der Rest ist bloß noch Pipifax ja klar und es war wohl knapp und dann gewohnt du kapierst gleich wo es hingeht da stand ich mir erst mal überlegen müssen aber was ich dachte ich wollte so geschaut haben egal komm o o wir nehmen dieses Mal nichts nicht abends auf als ich bin ich müde was denn aber aber weil ich teleportiere dich oder so mann gut ist dazu das ist auch extrem alter ich glaube jetzt irgendwo fett was mit spinnen oder so ich wollte jetzt auch schon wieder grad schablos bekommen mhm komisch ach so weh wettbewerb und wollen jetzt ach so fach h h Bullshit Joss sicher das ist ein neues Lieblingswort, oder? Bullshit Ja Lass mal promise, Alter Nix da Boxst du nicht, Alter? Nö Sag bloß so aus Ich, 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 ich Ich, 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 ich Ach so Ich bin nicht tot Ach so Ja, das steht zwar 80 Sekunden, aber das reicht bloß für die ersten paar Sprünge Mama Ich bin da Joha Komm, Kiste, hier muss doch irgendwo eine Kiste sein Nein Ich seh, ich seh alles, gell? Ich weiß Ich bin ja nur hier Okay, probier's mal, es geht nämlich nicht Oh lord Was geht's nicht? Hahaha Hiisto Hiiiho Ja, nix kaputt machen Ich mach nix kaputt Oh lol du bist schon da Hey nix kaputt machen, das ist ne Kiste Da 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 Wille Coins? Ein. Oh lol! Oh lol! Oh lol! Oh lol! Oh lol! Was war da drin? Belohnen! Ich blau! Mach mal kurz nach bitte! Warte! Es war die Hälfte von dir! Lohnen! Hände da! Lohnen! Auf geht's! Oh, danke! Okay, weiter geht's! Lohnen! Ich denk mal da runter, oder? Ah! Alter! Alter! Was ist das jetzt? Oh, Schnelligkeit 2! Ah! Oh lol! Ja guck mal, ich bin! Guck mal, wo ich bin! Da wurde ich hingeschleudert! Oh, du bist offen!